So, auf geht's liebe Leute, weiter geht's heute mit Nichts was geht, um die mal gucken, ob wir heute ein bisschen mehr Dusel haben und mit den Cops Oder ob wir da wieder böse Aufersocken kriegen Warte mal, das ein Sweeter hat, das würde ich doch gerne mitnehmen Wenn wir schon mal gerade hier um der Ecke sind Und dann geht's weiter so dass wir warten wir müssen natürlich jetzt gleich gehen oder kann man so fahren das kann man auch hoffentlich klappt das ist auch so fahren können das hätte ich jetzt in die nachsexten müssen ja dann gehen wir kurz in die garage dass man das nicht automatisch machen kann so dann gehen wir mal die garage nehmen also mit damit wir dann noch da daraus in die nacht gehen können das ist ja super nicht jetzt gerade war also denn halt ach das ist story mission noch ja dann fahren wir beides halt dann machen wir heute das dann gehen wir jetzt in die nacht und machen doch mal ein bisschen story also das ist das scheiße dass wir jetzt in den letzten folgen wieder ein bisschen story gemacht haben die g-boy hat gebracht wenn du also immer noch in die liegt gut aus klar will ich aber nachdem was passiert ist ich hole ihn zurück und bin wieder im spiel es gibt da draußen und schweiler gegen sie antritt sie nennen sich die dream killers und das heißt die liegzeit von ihm beeindruckt ich würde sagen wir schlagen sie und nehmen ihren platz sein wann geht's los sie haben deine arbeit verfolgt und wollen ein paar duelle fahren leider heißen sieht nicht dass wir sie verdrängen sie bezeichnen die rennen nur als sparing aber hey du kannst ihn zumindest ein dämpfer verpassen ich dachte wir die sache ist die die beschlagnahmung meines wagens ist bei der polizei nicht dokumentiert sie sagen sie haben ihn nicht das ist echt scheiße sagst du das sorry diesmal bist du auf dich gestellt viel glück nach körperchen hey hier ist rain falls du interessiert bist hätte ich jetzt eine echte herausforderung für dich ich glaube die strecke wird dir gefallen aber nicht jetzt also gerade ich weiß noch ein bisschen mit story mission zu ich fahre eine fahrer leute noch dass wir das haben aber jetzt möchte ich erst mal jetzt möchte ich erst mal ach komm wir sind einmal in der nähe das haben wir jetzt die story mission und zwar gegen nari rein mit euch gut dass du zuerst gegen mich fährst dann weißt du gleich wie schlecht du bist und denkst vielleicht noch mal über dein leben nach nö 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 alles gut mach mal so so 1 gegen 1 gegen nari mit dem e-wo hör mich ruhig falls du irgendwelche tipps brauchst ähm ok wenn du einen schlagabfall hast halt an im zweifel mache ich nicht halt so es ist mir scheißegal ich bin ich halt ein bisschen die asi karte ich bin genau da wo ich sein will hinter mir das ist aber nett da kannst du gerne bleiben dass ich hinten bin gehört eigentlich zum plan okay okay hey dein auspuff qualm ziemlich heftig check das besser mal aus du bist beeindruckt oder überhaupt nicht ich bin eigentlich relativ entspannend dass das betrifft wenn ich jetzt mal eine weile die führung übernehmen noch kümmern durch mal da kannst du ja mit den spiel ich kann sie brauchen sie das hier gar nicht passieren die sind echt nervig versuchen wir nichts besseres zu tun kann man nicht sie haben sie immer auf mir sehr sie auf das sagt er noch nicht mir ist mir das jetzt nicht egal da kommt die ganze kolonne da sind sie wieder gewonnen aber du musst ja nicht nur mich besiegen die verflute dunkelheit ich kann hier draußen überhaupt nicht die fahrzeug ist in sicht ok da machen wir es auch anders jetzt ich habe den wagen aus den augen verloren geschafft wir nehmen die reparationsprogramme wir nehmen die links mit so dann haben wir das auch dann fahren wir gleich das nächste rennen ich fahr jetzt erstmal kurz die garage hier ja damit ich die mitnehme so nehmen wir sie mit damit wir die punkte sicher haben drei von drei du kommst voran du kommst voran viel geld noch nicht mal ganz level 14 naja doch ich war ganz einfach nicht so richtig so dann fahren wir heute schauen wir doch kein rennen oder fahren wir noch mal drin überlegt gerade habe ich noch ein rennen fahre ich fuhr gerade da ist noch ein wäre noch eins da wäre noch eins abkürzungen oder verküren hier gewinnst du 4300 dann nehmen wir das hier mit zack fahren wir noch ein rennen fahre hier ist los gegen oscar fangen wir vielleicht die woche noch so gut gemein so So, okay, das andere Rennen fahren wir noch und dann mache ich Feierabend, Leute. Ich will, dass wir keine Kopfhäute haben. Reichte schon, dass wir jetzt gerade eben noch welche hatten, als wir gegen Nari gefahren sind. Jetzt sind wir momentan nur dritter. Jetzt kommt es mal ein Sprintrennen. Das macht genau das, was ich wollte. Boah, ich denke, dass ich aber mehr ausgehe als ausgehe. Also, wenn der das überlebt hat, ich wollte gerade sagen, der konnte das nicht überleben, weil der hat schon den ersten von mir mitbekommen. Und den zweiten von mir auch noch einen ausgehebelt worden. Ich sage gerade, ich bin über 200, der stoppt lange. Also, es ist immer noch einer, der grob uns verfolgt. Spenta hat doch einen kleinen Abstand, ist auch dran an uns. Oh, da gibt es jetzt wieder eine Idee. Okay. Alright, time and up, gang. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020